Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt wär ich bei einer Schuhe da... Boah, wegflogen. Äh, hallo? Herr Grashof rennt bitte einfach in den Weg rein. Zag Eule! Ah, die Mondblumen geben Nektar. Was gibt Nektar? Die Mondblumen geben Nektar. Kann sein, hör. Glauben Sie, wie Sie die Kumpel machen? Er wird gut. Oh, das ist der Kumpel. Oh, der Kumpel. Oh, der Kumpel. Die Nachbarn bestimmt wieder draußen mit ihren Hundis. Jetzt wird es aber dunkel. Ich merke es. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich habe nichts mehr kreischen. So, jetzt bin ich hier. Nach der... Wie bist du da hingekommen? Hm? Laufen? Gelaufen ist schon klar. Ich bin jetzt auch in die Richtung gelaufen, bin aber hier bei unserem Haus- und Hofschneider rausgekommen. Muss ich da wieder rauslaufen von dem Ding? Ah. Ich gleich das Holz mit. Ich bin wieder auf dem Stein. Ich muss bloß schauen, wo du abgebogen bist. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt geradeaus hoch. Moment, ich sehe nichts. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Ich stehe gerade auf dem Astro. Ja, du bist jetzt bei Herne in der Nähe. Ja, ich bin unterhalb vom Herne. Ja, du musst aber hochlaufen. Jetzt geradeaus hoch. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Felswand? 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 Aua! Felswand? 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 das ist links ja ich hole gerade den rocken der hier wächst ach so ja das hat ja auch ganz viel ja geradeaus ich weiß in etwa wo du bist schon wieder ein fels ich stehe vor dem baum keine ahnung wo ich hochgehen soll damit du mich siehst leuchte mal juhu hier sind erdbeeren wo ich koppel rechts ein bisschen links und dann hoch da stehe ich kannst du dir ein licht machen ich habe keine fackel welche richtung ja ich muss jetzt von der wurzel runter wir sind ganz viele leuchtenpilze ich sehe ja nicht ja dann bist du falsch du musst quasi gerade aussetzt über diese komische wüste drüber was für eine wüste ja diese komische ernten gedöhnt auf der karte ist nur erde guck wenn du die karte aufmachst siehst du mich auf die karte da 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 Ja, da, da unten bist du, ich bin auf dem Felsen. Juhu. Ich habe, glaube ich, die Kamera gefunden, oder? Ja. Ja. Siehst du mich leuchten? Ja. Ich sehe bloß keinen Weg. Du musst jetzt da über den Asch, genau. Du musst erst mal aufkommen. So, du musst jetzt wieder runter um den Asch und dann jetzt auf den Felsen drauf. Ja, da ist sie, juhu, guck mal. Guck mal, guck mal, und hier, das ist wie Schlaraffenland. Das ist extrem gut. Da hat's alles, Erdbeeren, alles. Und da drüben, da ist dieser Baum. Wo waren denn jetzt? Gehe ich nimmer. Ist auch Nacht. Ja, irgendwo ist der Baum. Keine Ahnung. Ah, bleib mal so stehen. Vielleicht. Auf. Kann ich dir die Dinger rausschmeißen? Ah. Es müsste vor meine Füße liegen. Ja. Oh. Jetzt hast du auch mehr Ausrüstung mehr. Endlich den doofen Knüppel weg. Ja. Und den habe ich gleich daheim lassen in der Kiste. Kann ich ja nicht. Da ist irgendein Baum. Ich glaub da hinten ist er, der da. Ich sehe nicht. Da wo es leuchtet, siehst du das zwei leuchtende? In der Richtung, wo ich guck. Ja. Das ist ein Baum. Es könnte sein, ja. Warten halt mal bis es hell ist und schauen hin. Wird ja jetzt hell. So viel Leucht. Musst du was zum Essen einstecken? Ja, auch. Ganz viele Erdbeeren. Wo ist sie denn jetzt wieder hin? Sieh doch. In den Stein runter. So ist man doch hell. Bei dir vielleicht. Bei mir nicht. Ich spür's. Oh, okay. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Ach, ich einte gerade einen Mohn. Ja. Ich sag ja, hier hat es so viel Säugel. Ich bin schon so voll mit Honig und allem möglichen. Und da hat es dann noch mehr Dingens. Was ist das? Rocken? Rocken? Was sind jetzt die Erdbeeren? Da haben doch so viele Erdbeeren. Wirst du schon alle gerntet haben? Die brauchen ja auch eine Weile wieder ein bisschen nach. Nee, da waren noch viel viel mehr Erdbeeren. Hach, es wird schnack so hell. Irgendwie. Was ist das? Was ist das? Jetzt hier. Ich hab dir da, guck mal hier, Pilzsteg hingeschmissen, zwei Stück. Hier hat's alles, hier hat's einen Haufen Honig. Hier muss es irgendwo dann diese Bienen geben, wo dann wirklich die Ameisen hinüber machen. Hier hab ich doch Ameisenkopf. Du sollst nicht mich angreifen, greif dich an. Entschuldigung, dass ich heute gerade aufgehalten hab beim Wandern. Bierdeckel, Bierdeckel. Mein Gott, Vampy hat's wirklich alles. Der hat's noch so komische Ameisenköpfe und alles. Ist echt näher noch Platz hier. Ich sammle die schwarzen Ameisenköpfe ein. Da haben wir auch schon einen daheim. Richtung Dingster hoch. Ich bin da bei dieser Bank. Grillbank, genau da. Da bin ich hoch. Da hat im Netz hier oben eine Biene oder eine Wespe gekämpft. Oh mein Gott. Ich hab die Beine. Wir können diesen Tisch herstellen. Das ist zwar ein weiter Weg zum Herne oder so, aber der Baum wär fast besser, weil du hier direkt an der Quelle bist. Und von allem. Was meinst du? Ich kann mir vor lauter Sammeln so gar nichts mehr. Ich bin gleich voll. Ich hab dir schon mal gesagt. Zu viel, nicht zu viel, dann bist du nicht immer voll. Zu viel Honig einstecken. Wo ist der Baum? Ja, jetzt werden wir mal wieder den Weg runter für Holz noch holen. Den will ich mir jetzt mal angucken, den Baum. Ja, ich suche gerade dich und den Baum. Ja, ich renne dir schon entgegen. Bleib einfach stehen. Ich muss was essen. Ah, das ist eine Honigfarbe. Was ist das ganze Nest von den Bienchen? Komm ich denn jetzt zu dir runter? Ich hab mich verfranst. Wenn ich was kann, dann ist es verfranzen. Ja, aber ich seh doch dich leuchten. Tag, Turbine. Offene Bienen. Wie du siehst mich leuchten, ich bin noch kein Leuchtkäfer. Ah, jetzt bin ich wieder bei der Bank. Bist du wahrscheinlich schon? Uh, da hat wieder jemand gekämpft. Fett. Fett. Habt ihr fett gefunden? Ich hab auch schon mal. Kannst du jetzt mal stehen? Ah, hier bist du. Ich bin hinter dir. Jetzt. Ich bin jetzt gleich zweimal um das Ding rumkraten. Nein. Nein. Ah, der Baum. Weg war sie. Wo bist du denn jetzt wieder hingerannt? Den Baum schufen. Von Bern. Ich kann den nicht aufheben. Ich hab einen Syncfehler. Ah, nee, das dauert nur bis die weg sind. Was ist denn das? Ach, die Kamera. Ja. So, wo ist jetzt der Baum, wo du gesagt hast? Na, stehen wir doch davor. Ja. Ja, ich sieht verlaute Bäume, die Bäume nicht mehr. Und davon, weil ich so klein bin. Ha. Der schon wieder, der ist mir voll im Weg reingelaufen. Ja. Ja. Da ist er. Wo bist denn du hin? Oh, ich muss mein Werkzeug. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Passt mit dem Hüpfen auf. Es geht tief runter. Das kennen wir ja schon. Ich komme erst mal gar nicht hoch. Zu klein. Ha. 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 Da muss ich den jetzt hin. Immer ein Stück hoch, dann auf der anderen Seite mal wieder runter. So, jetzt stürzt ich hoffentlich nicht da wieder runter. Immer diese Rennerei hier. Wie ist das, wenn man den in Anspruch nimmt? Moment, Moment, lass mich das so kommen. Dann muss man dann den anderen ein Stück hoch. Ich weiß nicht, hast du den Balken vor dir? Wenn der dann aufhört, dann musst du auf der anderen Seite noch mal zwei runter oder drei Pilze und dann musst du wieder hoch hüpfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß bloß, dass ich langsam einen Drehwurm kriege. Ich sehe dich leuchten. Ja, da rein, stell. Jetzt muss ich glaube ich wieder ein Stück runter oder so. Und dann hoch. Da bist du. Da bist du. Sehr gut. Da bist du. Oh. Äh. Äh. Bin tot. Nein. Nein. Ich fuhre mir das nicht an. Kurz vor oben. So wie ich war. Oh nein. Ernsthaft? Jetzt habe ich alles, nichts mehr dabei. Ja. Ich nehme mal drei Pilze zum Essen mit, damit ich überhaupt was habe. Äh. Ich muss die erst mal öffentlich machen. Wenn ich jetzt hier eh gespawnt bin, kann ich gleich die Sachen aus der Kiste zum Essen bringen. Ich habe einen Knall oben einfach. Warte, 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 warte doch mal. Ich müsste normales Lager umziehen lassen können. Komplett. Bringe ich mal runter, du Wurzelnzwerg. Weil normal redet er jetzt nicht drauf und runter. Du kannst Lager umziehen. Das heißt, dann kommt das Ganze rüber. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Komm ich dann auch automatisch rüber? Weiß ich nicht. So. Nee, geht nicht, aber normalerweise hätte es gehen müssen. Vielleicht muss ich das machen? Kann auch sein. Gut, da warte ich ja mal auf dich. Soll ich jetzt mal was einpacken, falls es nicht geht? Achso, geht ja nicht. Ich muss ja mein Zeug einpacken. Wenn ich hier wieder einen Abflug mache. Ich möchte, dass der Ballon bitte nach oben kommt. Ich hüpfe da jetzt nicht die ganze Zeit runter. Über das abhaut. Ich weiß nicht, immer das. Das abhaut. Ich hoffe, dass der Ballon noch niedlich ist. Es wird einfach nur weg verbaut. Bis zum nächsten Mal.